Musik Assalamu alaikum, mein Name ist Leila Kassem, ich bin 23 Jahre alt, stamme aus dem Libanon, komme aus Berlin und studiere Arabistik. Musik Imam Hussein, alaihi salam, ist für mich der Inbegriff von Mut, Stärke, Geduld und absoluter Hingabe auf den Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Er lehrt uns gerade durch die Kragödie Karbala, unsere Stimmen gegen das Unrecht zu erheben, auch wenn wir eine Minderheit darstellen. Denn gerade das ist in unserer heutigen Zeit und der heutigen politischen Lage weltweit auch absolut notwendig geworden. Das Leid, das Imam Hussein, alaihi salam, ertragen musste, lehrt mich persönlich zum Beispiel auch geduldiger zu sein und einfach Dankbarkeit im Alltag zu zeigen für alles, was wir haben. Denn welches Leid wäre schon vergleichbar mit dem Leid, das er ertragen musste? Musik All das lehrte mich Imam Hussein, alaihi salam. Musik All das lehrte mich, das er wege, 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 das er wege. All das lehrte mich, das er wege, 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 das er wege.